ich glaube ich habe mir was eingefangen beim verlinken mit dem konzern biomon irgendein eurovirus oder ich muss zurück soll er mir sagen warum ein kopf und magen party feiern so herzlich willkommen zu einer weiteren auch damit zwischen hier von meinerseits eigentlich so klagen ok zu aber substanz zeit für einen neuen look geht zum schwege in versus apartment oder in einem safehaus und wähle die option aussehen verändern du hast schon deine klamotten gefunden erstelle im kleiderschrank in einem appartement outfits und das aussehen deiner ausgerüsteten leidung jederzeit wenn er zu können und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge ich hier von meinerseits schön jetzt eigene wohnung bluten whisky dass man das immer mal jedes wohnung bluten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis gleich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Decks Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich mein, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Eze. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Decks kennen sich ne Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Decks will dich eben abchecken. Pass auf, V. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann hab ich wohl keine Wahl. Decks ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch. Ich hab nichts gegen Padre und Waka-Gor. Aber Decks ist ne komplett andere Liga. Du weißt schon. Hör mir auf mit Filxern. Die angeln Kunden, suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße. Genauso ist es wie... Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahr ihn jetzt, oder was? Lass uns das Baby ja gesehen sehen. Komm. Waffe ich eigentlich mal fahren? Mhm. Erster Halt. Ritter, Doc? Hey, amigo. Mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date. Mit Misty. Was du nicht sagst. Und oh. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Komm. kommt zu mir wenn ich deine schaltkreise aber dort obwohl weit verbreitet ist die installation von dabei wo er immer noch ein gefährlicher invasive eingriff der nur von qualifizierten schutzelisten durchgeführt werden kann rippa docks in ict arbeiten die weise rippa docks jeweils eine unterschiedliche plätze anzimmer updates anbieten weder ein gewünschtes zeit war ethisches upgrade aus der liste und dann viel spaß mit einer neuen fähigkeit wiki fit wie ein turnschuh alter rippa schön dich zu sehen auch schön dich zu sehen wie ist eine weile her also was führt dich zu mir letzter job hab mich mit dem neuro von einer kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen migräne übelkeit überempfindlichkeit gegen licht das ganze paket ok kleiner wir kriegen das schon hin wie geht's sonst so habe neun fixer getroffen hat mir einen job gegeben dexter de shawne echte größe aus dem afterlife bis gleich dir wird langsam was aber gibt's was dass du mir nicht erzählst weg sei vorsichtig sonst nichts habe einiges von dex gehört ist wohl nicht so gechillt wie er sich gern gibt ich brauche was neues werkzeug kein spielkram besseres visier und festeren griff wirklich jetzt endlich weg jetzt wird's ernst hab'n job von dex geschorn einen von der oberliga ich brauche richtig gute tag der dexter de shawne tja das ist schon was aber lass mich raten bezahlt hat er noch nicht hör auf zu flenwick ich bring dir die addys später mit zinsen bekennst mich ein letztes mal klar setz dich hin und entspann dich ok da bin ich doch wieder hiroshi optik das beste was ich habe und passend für das was du suchst verlinkt dich du schaust dich um und wählst aus ich scanne mal sehen was da drin los ist cyberware äh kibonetische implantate sind mechanische ersatzteile für organische körperteile verleihen dir mitunter übermenschliche fähigkeiten die deine kampffertigkeit verbessern und dabei helfen können gefahrensituationen im leben zu überstehen obwohl die installation von cyberware im jahr 2077 weit verbreitet ist dann ist es sich dabei immer noch ein okay das kämen wir schon Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, guter Tick, Hiroshi Tag. Alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab nen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Nightfucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleiner. Ist ja nicht so, als gäbe's ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon. Bin ja nur Arzt. Was dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht. Wenig Kontrast. Flitches. Spannend. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Naja, ich hab echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleiner. Wart's nur. Menschen scannen. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, dann erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark dein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Cool. Zeit für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCP-Datenscanner eingebaut, damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Cool. Gefahrenungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahrenen mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es sie überlastet, mit welchen Methoden du das Kopfgeld sichern willst. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Eingesetzt habe. Ich habe alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht? Ha, ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Vic, ein mildes Stim verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Okay, es wird auch ab und zu mal passieren, dass ich mitten ohne Abschied die Folge beende. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, babe. Ich kann's wieder richten, aber du musst dich von negativen Energien fernhalten und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci-Burgers. Okay, dann mach ich mal Werbung für uns. Wie? Hör zu, ich hab hier ne heikle Sache. Deshalb ruf ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch, aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt, aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als ne Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sag ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor Max-Burg vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Gegner ausschalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, um sie dabei umzubringen. Nicht-tödliche Takedowns, nicht-tödliche Quick-Hacks, nicht-tödliche Waffen, EMP-Granaten, sowie manche Kampf-Gadgets, Waffen-Mods, die Schaden nicht-tödlich machen. Wenn eine Waffe ein Kampf-Gadget oder ein Quick-Hack nicht-tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Jo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter, der Schorn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Okay, bis gleich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Ist das eine Art Prüfung? Nur ein Lieblingsthema von mir. Du meinst Rätsel? Nein, Mr. V. Ontologie. Okay, hör zu. Ich habe da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder T-Bug könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor zwei Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Mast-From-Jungs. Das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin, wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durch sie keinen lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Ein paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Malt-Strom? Gibt's Zoth? Steck den Splitter ein. Abmächten-Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Malt-Strom dahinter steckt. Die Sache ist im Konvoi, war der Flathead. Kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einweg-Spielzeug. Eigentlich hab ich das verdammte Ding Astrain von Malt-Strom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich hab keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wär das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Interessant. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin Dienstaufsicht fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder rumreich draufgehen. Wir sehen uns. Dann, okay. Street Creed. Bestimmte Handlungen bringen dir Street Creed ein. Verdiene mehr Street Creed und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sie dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Und damit sage ich Dankeschön, dass ihr es zugeschaut habt. Das war es hier mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.